Ähm, tja, komm, schmeiß das weg. Brauchen wir nicht. So, Tag. So. Ach, so ein Ärger. Ähm, oh, 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 oh. Oh. Aber ich krieg zwei Elfenpfeile zurück, nicht schlecht. Okay, wir müssen nochmal herkommen. Nützt alles nichts. Nützt alles nichts. Hier ist ja auch noch eine Truhe. Verdammt. Wasseratmung. Ähm, pass mal auf. Ich glaub, die versch- Doch, die verschw- Irgendwann verschwinden die, glaub ich auch, verdammt nochmal. Ich nehm den mal eben hier komplett aus. Und pack die Sachen hier in die Truhe. Ja, ich weiß, ich trage zu viel und kann nicht trennen. Schön. So, fein. Und jetzt werde ich mal eben sonstiges, sonstiges, äh, ablegen, ablegen, alle. Guck mal, jetzt haben wir schon wieder viel weniger. Oh Gott. Und dann hole ich die nämlich nochmal, wenn ich da dran denke. Aber ich hab's jetzt aufgenommen, also werde ich ja wohl noch rauskriegen können, wo ich's gelassen hatte. Und dann Bücher. Bücher, 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 Bücher. Wo bist du? Lesen, lernen. Lesen, lernen. Und das sind Rezepte. Sehr schön, wieder was gelernt. Wunderbar. Wo wollte ich eigentlich hin? Ich wollte da hin. Karte, Karte, Karte. Da bin ich. Da muss ich hin. Eigentlich müsste ich gucken, dass ich hier vor... Weil ich nämlich theoretisch Festung Dämmerlicht, ich wollte diese Bücher, diese gestohlenen Bücher, die wir in der letzten Folge, ähm, die Quest, die wir in der letzten Folge bekommen haben, die wollte ich jetzt einfach erledigen. Mal eben. Ich kenne jemanden, der immer sagt, nichts ist mal eben. Boah. Und das stellt sich jetzt hier als wahr heraus, kann doch nie angehen. Ich dachte, jetzt bin ich mir eben ganz still geworden, weil ich dachte, ich hätte irgendwas gehört, aber das Wort haben wir ja aufgenommen. Haben wir wirklich aufgenommen, ne? Nicht, dass das wegen dieses komischen... Ich will aber noch mehr lernen. Mann, hier stehen doch noch so viele Wörter. Huch. Oh, Träuschädel. Na gut. Tja, es sieht aus, wenn man da lang könnte. Aber da geht es auch runter. Versuchen wir es hier lang. Ich gucke mal eben. Hier ist ja so ein regulärer Weg, so wie es aussieht. Na gut, dann versuchen wir da unser Glück. Wir müssen ja nur da zu dieser Festung. Ja, ja, sieht man es mal, nimmt man jetzt ein paar Mal Lydia nicht mit und schon fehlt einem der Packesel. Aha. Aha. Und da müssen wir hin? Okay, Moment, Moment, Moment. Tada! Jetzt haben wir auch Festung- und Dämmerlicht entdeckt. Und was ist hier? Und was ist Festung- und Dämmerlicht? Da brennt doch ein Feuer. Oh. Oh! Okay. Ähm, gut. Logisch. Wenn die Bücher geklaut sind, dann sind das natürlich Feinde. Logische Schlussfolgerung, würde ich mal so sagen. Also, ähm, versuchen wir mal so ein bisschen eleganter zu machen. Ach, verdammt, die blöde Kuh hat uns gesehen. Ja, sorry, der ging in den Magen, ne? In der Magengegend, wollte ich sagen. Oh. Die geht aber noch ganz gelassen dafür, dass die uns entdeckt haben. Äh, das müsste eigentlich einen extra Schaden geben. Wo kommt sie denn jetzt her? Weiß ich selber nicht so genau. Von da? Ja, geht nicht, ne? Doof. Oh, das ist ein Feuer-Atronach. Okay. Autsch. Glaubt ihr, ihr habt eine Chance? Ja. Weil ich immer wieder laden kann, während ihr das nicht könnt. Klar. Ja, Pech, ne? Wäre hier wohl wen, verdammt. Ach, ja. Wir hätten uns ja auch friedlich drüber einigen können. Ich meinte, hallo, so ein paar Bücher, die hättet ihr mir auch wiedergeben können. Aber wenn ihr nicht wollt, selber schuld. So, war jetzt da noch der Feuer-Atronach? Aber irgendjemand muss dem ja befehligen. Also, so leise wie ich wollte, komme ich jetzt hier doch nicht rein. Autsch. Oh, okay. Na, 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 meiner. Mann, jetzt bitte doch mal liegen, verdammt nochmal. So. Okay. Dann nehmen wir jetzt mal wieder die groben Sachen. Hier, die grobe Waffe. Zack. Ähm, Feuer-Atronach. Erinnert mich daran, dass ich noch Feuersalze brauche. Zack, danke. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Ich würde ja sagen, nett habt ihr es hier, aber ihr habt es hier nicht nett. Also bringt mir das jetzt gar nichts. Müssen wir doch in die Festung rein. Sieht fast so aus. Okay, was haben wir hier? Lachs. Ich kann Lachs fangen. Lachs. Oh, jetzt ist er weg. Ist er rausgesprungen, oder was? Na gut. Wollen wir uns mal jetzt nicht mit so einem kleinen Kram hier aufhalten, so wie es aussieht. Ach, was soll ich hier runter? Okay. Na, dann wollen wir mal. Speichern. Wollen wir mal ganz leise gehen, obwohl wir eine superschwere Rüstung anhaben. Ein bisschen schleichen kann auch nicht schaden. Lalalala. Lalalala. Ein Held, ein Held, ein Held nach Kriegerherzen fragt. Wahrlich, wahrlich, wahrlich. Ein Hut. Ach, blöd, habe ich ja schon gelesen. Logisch. Wahrlich, wahrlich, das Drachenblut naht. Okay, das sind jetzt zwei Sachen, die mir nicht gefallen wollen. Erstens, Spinnbeben. Zweitens, Wasser. Muss ich jetzt wieder einmal, um mich hinterher zu blamieren, den Helm der Wasseratmung aufsetzen? Und diesmal tue ich es nicht und ich werde jämmerlich ertrinken. Das ist Spinnbeben, das fühle ich nicht. Ich fühle nicht. Oh, noch tranken. Komm, das ist nur ein Spiel, verdammt nochmal. Aber den Spinnbeben. Oh, wie schön leise wir durchs Wasser gleiten. Und da ist eine Falle. Das macht auch überhaupt keinen Lärm. Auch eine Falle. Ein Käse. Hey. Was ich schon immer mal haben wollte in Skyrim. Ein Käse. Was? Nichts. Was? Redet der mit uns oder redet der mit sich selber? Zweifelsfall mit uns, ne? Wir hätten die Bärenpfeile nicht aktivieren sollen. Das ist ein Fass. Na, wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo sind wir überhaupt? Oh, warum flüstere ich? Na, damit er uns nicht hört. Schleichen, schleichen, schleichen. Oh, da oben. Ups. Nein. Nein, meine Lieblinge. Wer? 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 Keiner da. Oh mein Gott. Was ist das? Sind das Spinnen? Meine Lieblinge? Oh mein Gott. Ich will nicht. Scheiße. Ach komm. Obwohl wir jetzt ja wieder... Aber die stehen doch hier hinter der Tür. Wenn wir jetzt zurückgehen würden... Würden sie dann... Das würde mich mal interessieren. Ne, es bringt nichts, ne? Ach, ist doch Quatsch hier. Was tun wir? Wir sind mächtige Kriegerinnen, verdammt nochmal. Die Angst vor Spinnen hat. Komm, leck mich. Ich wusste es. Jetzt hätten wir ein Gift. Okay, blöd Mann. Das kann ich auch.